Mein Name ist Freddy Hunziker, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma New Roots. Wir produzieren verschiedene Käse- und Joghurtalternativen, alles auf pflanzlicher Basis. Wir achten sehr nachhaltig, sicher mal beim Team, dass wir dort Leute haben, die nachhaltig denken, nachhaltig auch selber leben, beim Ressourcing, bei den Rohstoffen, bei den Lieferanten, und dass wir einfach auch im Gesamten nachhaltig produzieren können. Die Zusammenarbeit mit Coop ist entstanden, dass sie auf uns zukommen, sie wollten innovative Produkte in diesem Bereich und wir haben uns entschieden, eine schweizweite Lansierung zu starten. Den Namen New Roots verkörperet eigentlich für das, was wir einstellen, und das ist ganz klar, Traditionen der Zukunft, helfen wir zu gestalten, die ethischer und nachhaltiger zu gestalten können. Der Tatendrang ist für mich keine halbe Sache. Ich glaube, wir haben voll keine Zeit, halbe Sachen zu machen. Der Tatendrang ist für mich, mit gutem Beispiel vorauszugehen, unabhängig davon, wie gross die Herausforderung ist. Bis zum Schluss ちょ Having ными Also, das ist halberame und